Wunderbar! Dieser exotische Schmetterling macht dich zum reichen Mann! Schön, sehr schön! Was, ein titzeliger Schmetterling? Hey, Moment! Du bist gar kein Schmetterling! Ich bin Ivanov, kleinstes Schauspieler von Welt! Nicht böse sein, ich kann nachmachen, auch andere Tiere hier! Ihr Hummel! Na gut, was könnte ich noch erforschen? Ich glaube, ich brauche einen neuen Agent! Platz für den Champion! Extrem krass abgefahren, Alter! Kommt sofort zurück, ihr Hunigelbs! Wo wollt ihr mit meinem Geflügel hin? Das ist aber gar nicht dein Geflügel, Alter! Du willst Geflügel? Dann zahl dafür! Das sind Duckies Extremes, die letzten ihrer Art! Gütiger Himmel! Diese Entdeckung macht mich berühmt! Ich werde ein Star! Anabole, Steroide, Collagen-Spritzen, Implantate, Muskeln über Muskeln! Erfolg! Äh, okay, dann zahle ich eben für meinen Kumpel hier! Rest darfst du behalten! Hallo! Duckies Extremes! Wie wär's mit einem leckeren Maiskolben? Nee, wir stehen ja auf Popcorn! Genau! Okay, bitte! Der Typ hat einen Rad ab! Aber Popcorn machen kann er ganz gut! Es ist immer das Gleiche mit diesen seltenen Spezies! Wir nehmen sich alle wie Filmstars! Aber sie machen mich trotzdem berühmt! Ja, Mann! Der hat echt ein Ding zu laufen! Los, wir machen Schub! Wir haben ihn abgehängt! So ein Nappel! Oh, da werden Träume wahr! Daddy, heute wärst du endlich mal stolz auf mich! Der kann bestimmt tierisch reinhauen! Ja, die knochigen fressen immer extrem viel! Und zwar Oberdoll extrem super dringend, Alter! Okay, aber drück auf die Tube! Ich muss auch strullern! Ja! Hey, cremig bleiben, Alter! Ist doch bloß ein Knochen! Kannst du haben! Da drüben gibt's noch mehr! Was? Und... Wie schrecklich! Lecker! Mammut vom Grill gleich fertig! Ja! Ne, lass mal stecken! Ich will keine Schlagflöne dazu! Äh, Joghurt ist doch das Fresschen für die Champions! Ja! Ja, deinen alten Lampen zum Mund abputzen! Cool! Krass knüsprige Kartoffelschips! Wow! Cool! Marshmallow! Ne, Jackpizza mit viel schmackhaften, viel zu grüner Pfeffer, Goldstücke, Silbermünzen, Zylinderköpfe macht 300 Dollar! Oh, äh, na, herzlichen! Wer hat hier ne 300 Dollar Jackpizza bestellt, hä? Ja! Hey, Bruder, guck mal! Extrem Bogenschiefing! Hey, extrem coole Deko, Alter! Wir machen das irgendwie ganz gut! Ja, und das auch noch für sowas von nothing, Alter! Ähm, ich glaub, ich hab ne wahnsinns tolle Idee, Jungs! Ich hab euch wirklich nicht sehr gut behandelt! Wilde Tiere gehören schließlich in die freie Wildbahn! Ihr seid frei! Was denn für wilde Tiere? Ähm, deine Tierchen sind doch nicht besonders wild! Die sind wild am Verwesen! Ich rede ja auch nicht über diese Tiere! Ich rede über euch, Blödvögel! Und jetzt raus hier! Los! Nö, keine Böcke, ist doch soft hier! Ja, voll crazy! Guter! Nacht! Ich glaub, fast hier braucht mal jemand ein Nickerchen! Ich hab Hunger! Ist noch Mammut da? Auf jeden! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger!